Schau einfach, was sich für dich richtig und angenehm anfühlt. Es kann jeden Tag auch etwas unterschiedlich sein. Und dann schließe deine Augen und erlaube deinem Gesäß ganz schwer zu werden und sich mit dem Boden unter dir zu verbinden. Spüre den Kontakt zum Boden und erde dich über deine Sitzbeinhöcker. Und dann stell dir vor, du kannst deine Wirbelsäule verlängern, indem du deine Scheitelkrone nach oben Richtung Decke schiebst. Zieh die Wirbelsäule auseinander und schaffe Platz zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Du kannst dir das vorstellen wie zwei Pole, die auseinanderziehen. Dein Scheitel will nach oben Richtung Himmel und dein Steißbein will nach unten Richtung Keller. Und zwischen diesen beiden Polen befindest du dich ganz gerade, ganz aufrecht. Und dann entspann deine Schultern und zieh deinen Kinn ganz minimal Richtung Brustbein. Lass deine Gesichtszüge weich werden. Nimm jetzt alle Mimik, alle Anspannung raus. Ich krieg gar nichts, Digga. Tricks Video, krieg ein Dislike. So, ich hab's nochmal gerade berechnet. Ich hab's nochmal gerade berechnet und bin zu meinem Schluss gekommen. Es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Nach jeder Berechnung, die ich jetzt berechnet habe, es wird nichts bringen, Chat. Ich hab's nochmal ausgerechnet. Ja? Es wird nichts. Weißt du, was das Schlimme ist? Die ganzen Wichser werden auch in den Discord reinkommen später. Willi, Sydney, ich glaub, vom letzten Mal auch so. Also wir dürfen, und das Schlimme, die Regel ist ja, du darfst sie nicht, time, also du darfst sie nicht, äh, Dings dann. Komplett bannen, ja, ja. Muten. Und bannen. Die dürfen reinschreiben und nachtreten. Das ist ja das Allerschlimmste, das wurde damals so auch festgelegt. Das heißt, rein theoretisch von der, von der, von der, von der, von der, von der Wissenschaft her. Wenn wir den Velo back to back to back try nach 15 Stunden nicht schaffen, dann dürfte Willi in den Discord kommen und uns volllabern und sagen, boah, wie schlecht. Er darf uns aber nicht während den Runden volllabern, aber danach darf er. Wege, kann ich noch, kann ich noch kapitulieren? Kann ich noch kapitulieren? Hast du den Rasierer aufgeladen? Der Rasierer ist neben mir. Der Chat darf treten, aber nicht respektlos werden. Ihr dürft treten, aber nicht respektlos werden. Aber ich würde mir wünschen, wenn mein Chat führmisch ist und sagt, Edi, du schaffst das. Aber die meisten Leute sind nur hier, um nicht einfach weinen zu sehen. Das ist respektlos. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist krass. Das ist zu krass. Also die Challenge an sich ist viel zu krass. Zum Wunsch. Was finden Sie das schlimmste, Chat? Ich sage, Wallzone, um ehrlich zu sein. Weil in Vailo, Vailo ist so, ich sage, wenn wir, wir sind alle, also ich bin richtig schlecht in Vailo geworden, aber ich sage, wenn ich vier Stunden spiele oder so, dann bin ich wieder drin. In Vailo sind wir ein ganz guter Squad. Da holen wir einen fünften ran, Musti oder so und dann geht das. Bitte holen Musti. Aber in Wallzone ist das der Wirt. Wallzone ist schlimm, Chat. Wallzone ist ganz, ganz schlimm. Wir brauchen zwei von denen. Es gab Zeiten, Micky ist ja nicht mal Kacke. Micky und Danny haben dafür teilweise acht Stunden gebraucht für einen Wallzone-Win und haben dann sich einen Profi dazu geholt. Weil du darfst nach acht Stunden, darf man sich einen Profi dazu holen. Aber wir spielen Squad, das heißt, wir können nicht mal einen Profi ranholen. Und das heißt wiederum, dass das Ding over ist. Das heißt, wir müssen es schaffen, zwei und vierer Squad, vierer Lobbys sind die schwersten, meinte Matze. Das heißt, ohne zu übertreiben, dann kommt dazu noch Streamsniper. Das könnte wirklich... Danny ist live. Over sein, Jungs. Der Ursprung aller Wirte. Der Urwirt. Hand in Hand. Kann das nicht. Kann das nicht. Zeig mal her. Ähm, Danny ist live. Zeig mal her. Ein Apfelsaft, ein Apfelsaft. Zum warm werden. Es wird nicht geschlafen. Apfel dürfen nicht betäubend wirken, schon habe ich gehört. Ich habe es gehört, es soll betäubend wirken. VIP und Mord. Danke, liebe. Liebe, liebe, die T-Mortel, vielen, vielen, vielen Dank. Hey, tausend Dank, Chad. Tausend Dank. Tausend Dank für alles. Liebe. Offizier, Freakshow, zwei Jahre, das Gaps, Viking mit hinköpselt. Fang jetzt an. Vorweihnachten. Euch ein Vorweihnachtens, Jungs. All dies feiern. Vorweihnachten völlig geküsst. Danke euch. Liebe, liebe, liebe. Viking, liebe. Liebe, liebe, liebe. Freiladiger, liebe. Danke euch allen. Tausend, tausend Dank. Ähm, Ausstiegs-Tausend bei Neujahr. Ja, Bro, wenn ich hier bis Neujahr sitzen sollte, ohne Schlaf. Okay, Chad. Ich sage euch, meine absolute Obergrenze ist Mittwoch. Noch kurzer Ex-Klose. Wenn ich bis Mittwoch hier sitze, werde ich mir ein Tattoo-Termin machen. Die Strafen sind sehr einsteig. Also gestern war so ein schönes Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, es war alles so schön. Oder es hat mich wirklich sehr, sehr gefühlt gemacht, gestern der Tag. Aber ich habe es so bereut. Ich habe jetzt schon eine Ansage von meiner Mutter bekommen. Ähm, die Option zwischen zwei Sachen. Entweder eine Glatze und Bart ab. Das würde bei Miki sehr lustig aussehen. Also komplett Glatze, ne? Also so mit einem Rasierer. Nass-Rasur. Oder du darfst dir ein Tattoo stechen lassen mit Loser. Die beiden Sachen darfst du dir aussuchen. Achso. Ja. Tattoo-Studio. Ich will mir Katzenfoto ans Langkabel, wenn es nicht mehr geht. In meiner Nähe. Guck, was haben wir denn da? Aber auf die Stirn, oder? Nein, nein. Kannst machen, wohin du willst. Ich würde es auf den Finger. Ein Loser-Tattoo auf den Finger. Also ich habe... Und jedes Mal, wenn ich jemanden hole in irgendein Spiel, zeige ich meinen Finger in die Cam. Damit er weiß, was er ist. Für mich, ich würde eher ein Tattoo machen. Ich glaube auch, dass Glatze, dass Tattoo schlimmer ist. Aber Tattoo geht nach einem Jahr weg auf den Finger. Ja, habe ich gehört. Und das wäre lustig, finde ich. So ein Loser-Tattoo auf dem Finger wäre ganz witzig, finde ich. Das wäre... Dann bist du es ja auch. Das soll dich ja daran erinnern, was du warst. Oder was du bist in dem Moment. Und zwar ein Loser, weil du abgebrochen hast. Die gehen nicht immer weg. Ach, die werden weggehen. Doch, doch. Das wird für immer bleiben. Danny hat sich Fokus auf seinen Finger tätowiert. Was würdest du bei Kingcans empfehlen? Ja, shit. Kingcans ist komplett leer. Also, ihr könnt euch natürlich eine Mysterybox selber erstellen. Aber sonst ist hier eigentlich fast alles leer. Hier. Ah doch, meine Weed-Schokolade gibt es noch. Hier, das würde ich euch empfehlen. Das hier würde ich euch empfehlen. Digga, wir hätten Realtalk nicht gedacht, dass Kingcans so abgeht, Chat. Und das ist erst der Anfang. Und das ist erst der Anfang, ne? Das ist erst der Anfang. Wartet ab, Chat, bis irgendwann mal unsere Produkte bei Rewe Edeka oder so sind. Dann geht's richtig los. Und mit eurer Hilfe schaffen wir das sogar. Danny. Und ich bin einer, ich bin einer, Eli. Wenn hier was leer ist, ja? In meinem Zimmer oder in meinem Haushalt. Ich gehe sofort runter vorm Stream. Also einmal ein Glas eingeschenkt und dann leer gemacht und ab zur Mülltonne. Natürlich Mülltrennung auch noch. Ne? Ist auch wichtig. Für die Natur. Für die Umwelt. Sag mir, was du gestern gemacht hast. Gestern hatte ich ein wunderschönes Weihartest mit der Familie. Wie lange warst du wach? Ja, zu lange. Bis um vier oder so. Bis um vier. Und eingeschlafen um fünf oder so. Und mein Bruder schnarcht da wirklich so geisteskrank, ne? Ähm, da hat's so gekracht. Das hat mich so durchgebrochen. Ja. Bist du Herr deiner Sinne oder bist du auf Sendung? Ähm, ja, ich bin, ich bin da. Ich bin da. Also, körperlich. Mental weiß ich noch nicht genau. Das will sich ja auch die ersten Stunden zeigen, was für die Richtung das hier gehen wird. Aber ich bin eigentlich fit. Ich bin eigentlich fit. Und ich hab Bock. Ich hab übertrieben Bock sogar. Okay, 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 okay. Ich bin da und ich werde nicht loslassen. Erst wenn's, erst wenn's wirklich kracht. Dann lasse ich aber schnell los auch. Aber bis dahin gebe ich viel Mühe. Es zeigt dir jetzt die Challenge, okay? Also. Die Challenge ist Warzone 2. Warte kurz. Einmal mitschreiben, Chat. Schnallt euch an. Ab, die Medi-Cop-Dauer, die Clown-Emotes and each other. Das ist delusional. Okay, warte. Warzone 2. 0 von 2, ja. Ich hab's in den Discord eigentlich geschickt. Du kannst direkt kopieren. Ich will's aber einfach hören, Ruhl. Weißt du, um's zu realisieren, was wir hier getan haben. Fallgeist 15. Hm. Was hast du eingeloggt? Fallgeist 15. Aber dafür, dass du dich ein bisschen Micky muss alles nachholen, was wir jetzt schaffen, in der Zeit, bis er mastet. Er hat's eingeloggt. 15 Vorgeist-Minds ist das geisteskrank. Ja, ja. 15, ja. Velo back to back to back 0 von 1. hinschreibt. Er braucht, er, er muss, er muss, er muss auf, auf einen anderen Account gehen. Er muss, er muss. Ja, das ist aber schon abgeklärt. Was sagt dein Schät, was sagen unsere Schätz? Weil es ist so, als würden wir auf Kiefer in Elite Rivals spielen. Micky ist kein Platin-Spieler. Micky ist Platin. Aber er hat mit so vielen Leuten immer gezockt, dass er erst Platin... Er hätte sich bussen lassen. Aber das ist schon abgeklärt. Ja, das ist schon abgeklärt. Soll ich sagen, wann er Platin ist? Wir brauchen den Mittelwert. Er ist Platin, sobald er mit Neon seine Ult hat. Da macht er nämlich mal gute Kills. Da ist er Platin ganz kurz für eine Runde. Ja, aber das ist schon abgeklärt. Das habe ich gestern schon abgeklärt. Das ist okay. Ist trotzdem nicht zu schaffen. Ja, okay. Velo zwei Wins. Äh, Velo... Das ist jetzt die... Velo zwei Wins generell. Also, die zählen aber nicht zu den Back-to-Bags. Selbst wenn wir den Back-to-Bags schaffen. Aber das ist so für die, für die, für die, für die, ja, für uns sozusagen. Das ist gut. Aber war Velo kein Back-Free-Back? Doch, Velo Back-Free-Back? Ja, doch. Sagen wir rein theoretisch. Wir gehen in Velo rein und holen drei Wins in Folge. Dann haben wir drei Velo. Dann haben wir den Back-to-Back. Aber wir müssen trotzdem noch zwei Velo Wins machen. Sozusagen. Aber wenn wir jetzt einen Velo Win holen und dann verkacken. Weißt du, was ich meine? Wenn wir einen Velo Win holen und dann verkacken, dann zählt das als Velo Win. Alles, was nicht auf der Streak ist. Falls wir es schaffen, zur Absicherung, dass wir wirklich gefickt werden. Sozusagen. Verstehst du? Nee, mich drehst du jetzt schon. Also, soll ich jetzt einen Back-Free-Back eintragen oder nicht? Ja, ein Back-Free-Back eintragen. Okay. Okay, gut. Okay, hab ich. Velo, zwei Wins. Das wird eh, das ist nur so zur Absicherung. Falls wir, damit die Leute sich freuen, dass wir gebrochen werden. Und wir was abhacken können auch mal vielleicht. Ja, genau. Einfach, ich schreibe alles hin, was wir für Wins holen. Ich schreibe alles auf. Dann, ähm, Fortnite Back-to-Back ohne Kills. Ohne Kills? Achso, achso, achso. Ja, Mann. Das kommt noch, ja. Also, wir müssen keine Kill an, Dings da. Fortnite Back-to-Back ohne Kills. Ah, Back-to-Back auch ohne Kills. Ah, okay, ja, nice. Back-to-Back ohne Kills. Die anderen sind mit Kills. Habt ihr? Also, Fortnite ein Back-to-Back. Fortnite ein Back-to-Back. Fortnite zwei Wins mit jeweils 15 Kills. Digga. Äh, 15 Kills. Errohrt auch los, lass uns schon mal. Pro Club zwei Wins? Ja, Eli. Warum brauchen wir dich? Ja. Dann brauchen wir die Prime Banane. Digga, was ist das für eine Liste, Digga? Pro Club zwei Wins? Ja. Wer wird Millionär durchspielen? Chat komplett wegmachen? Alles weg? Beim Chat? Ja, ja, ja. Außer, auch Micky muss seine Brille absetzen. Micky muss seine Brille absetzen. Nee, 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 nee. Er muss die aufsetzen, damit sie, damit sie ihn, äh, aufdecken kann, falls er schummeln sollte. Warum? Das letzte Mal hat Micky geschummelt, er hatte die Sonnenbrille auf. Und man hat seinen Chat in der Spiegelung gesehen, Digga. Das ist so geistlos gewesen. Das ist so respektlos gewesen. Ja, und? Äh, Ghostwatchers, Wahnsinn, schaffend durchspielen. Das ist auch, ich meine, das ist wirklich auch scheiße. Wir brauchen dann einfach... Ghostwatchers, ich mach einfach W, äh, 0 von 1, ja. Jetzt kommt was Trickiges. Dead by Daylight, 8, 4 and Common. Ist nicht tricky. Nee, 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 nee. Ist, 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 ist unser Downfall. Ist unser Ende. Bringt unser Ende. Sag ich so, wie es ist? Digga, warte mal, warte mal. 4 ist nicht möglich, Jungs. Es ist nicht möglich. Ja, ist ja mit Klausel. Deswegen ist damit Aufstiegsklausel. Die Aufstiegsklausel ist, weil Reapers meinte zu mir, du kannst ja gestreamt werden und wenn einer, wenn ein Streamsnaper die ganze Zeit auf einen geht, dann schafft, also egal wie gut du bist, du schaffst es nicht raus. Das ist nicht möglich. Das heißt, da ist die Klausel, wir lassen uns eine Stundenanzahl ficken, bestimmte Stundenanzahl und dann gehen wir runter auf 3. Weil da ist es anscheinend sehr einfach, uns zu streamsnipen. Und wenn der Streamsniper... Also es ist anscheinend... Mir fällt die ganze Zeit kein Beispiel ein. Wie zum Beispiel... Sagen wir, die Challenge ist, jeder aus dem Team muss ein Tor schießen, okay, und dann ist es aber so, und die gehen vorher nicht schlafen und alle elf Feldspieler verteidigen die ganze Zeit einen Spieler, dass sie es nicht schaffen. So egal wie gut... Also sie halten ihn fest und es ist nicht möglich, dass dieser Spieler ein Tor schießt. Aber die anderen lässt er die ganze Zeit Tore schießen. Sie konzentrieren sich immer wieder aufs Neue, auf den einen. Jeder hat einen Angriff Zeit, ein Tor zu schießen und alle elf verteidigen aber immer den einen. So ist das ungefähr. Also es ist nicht möglich, wenn die wollen. Wenn die Streamsniper wollen, dann schafft man das nicht. Ja, Lerum, Lerum, Puff, Peg, weiter geht's. Was noch? Mit Klausel. So. Und dann habe ich noch den Back-to-back-Backer. Oh, den Back-to-back-Backer, ja, das sehen die auch. Back-to-back-Backer. Ich habe Back-to-back-Joint ohne Husten. Obwohl... Back-to-back... Ich mache dann Back-to-back-getrübte-Apfelsaft ohne, 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 ohne... Oh, ohne Gesicht verziehen. Ohne Gesicht verziehen. Ja, also... Also, Digger, Chad... Digger, was ist das für eine Liste? Guck dir das mal an, Verficken. Nein, das Problem, weißt du was? Das Problem an dieser Liste ist, dass ungefähr drei Spiele von den Dingern echt schwierig sind. Also, Warzone, da fängt es ja schon an, dass wir es nicht schaffen. Da fängt es ja schon an. Digger, ich habe Sachen... Ich habe schon Streams von euch geguckt, wo ihr acht Stunden lang Warzone gespielt habt, ohne Win. Einen einzigen Win. Und dann habt ihr einen Profi dazu geholt und erst dann habt ihr den Win geholt. Das Problem an der Sache ist, dass wir keinen Profi dazu holen können, weil wir im Vierer-Squad sind. Ja, und... Ja. Und nicht mal einmal lacken reicht nicht mal. Einmal lacken reicht nicht. Wir müssen zweimal es schaffen. Ich sage, Warzone dauert 13 Stunden. Das Ding, der wird 13 Stunden dauern. Nee, wenn es gut läuft, 13 Stunden. Das Ding ist, glaube ich, gar nicht machbar. Sorge ich so, weil ihr beide auf dem Einrad sitzt in Warzone. Ich sage... Nein, nein. Es gibt gar keinen Sinn. Das ist eine einzelne Challenge. Warzone 2 Wins ist eine einzelne Challenge. Ja, also... Dann fängt es dann... Fallgeist 15, das ist... Okay, das ist eine Frage der Zeit. Das ist einfach nur... Das geht einfach auf die Psyche nach einer Zeit. Fallgeist. Ähm, aber das schafft man. Das ist so. Das weiß man, das schafft man irgendwann. Aber bei Warzone und Velo back to back to back, weißt du, dass du es nicht schaffst. Das ist das Problem. Ja, ich war eben so motiviert. Jetzt habe ich die Liste eingetragen und sehe die in meinem Stream. Der Velo back to back to back... Und ich kann nicht mehr. ...wird auch ficken, was wir brauchen. Ich lasse... Ich lasse loslassen. Das Ding ist over. Und bei Velo back to back to back brauchen wir einen fünften Mann. Der darf nicht besser sein als Micky. Ich tendiere zu Musti, weil Musti kann wenigstens aimen. Nein, nein, nein. Nicht Willi. Ja. Nicht Willi. Aber... Nein, nein. Nicht Willi. Willi ist bei mir. Ich ignoriere ihn schon die ganze Zeit. Willi... Um mal zu versuchen, irgendwie das Gute rauszuziehen. Das hier ist eine Challenge, die dem Support des Jahres... Haben wir ja alle bekommen. Wir wurden ja alle krank supported. Ja, ja. Diese Challenge wird dem Support der Liebe, die wir empfangen haben, würdig. Und wenn wir fallen sollten, dann fallen wir mit euch, Shit. Dann ist das halt so. Aber wir werden unser Bestes geben. Sag ich. Dann sag ich, Fortnite back to back ist... Kann auch mehr krachen mit Streamsnipern, sag ich dir ehrlich. Dann müssen wir halt wirklich schlau spielen. Eklig und schlau. Äh, lasst du da rein. Ja, wird nervig. Lasst bitte. Das wird nervig. Und Pro Club wird nicht das... Pro Club und Pro Club und Vollgeist wird nicht das Problem sein. Und der... Vollgeist ist halt... Ich werde nebenbei bei der Challenge ganz, äh... Ganz leise Musik anmachen. Also so auf nebenbei, auf chillig. So Weihnachtsmusik. Keine Ahnung. Weihnachtsmusik. So. Möglich. Es gibt zwei Varianten, wie du das schaffst. Entweder der Typ hat noch nie in seinem Leben dieses Spiel gespielt. Der Fänger. Dann regen sich aber alle auf, weil es so einfach war. Das ist so, als wenn du AFK bist. Dann regen sich alle auf und sagen, das zählt nicht. Oder der Typ kann ein bisschen spielen. Dann schafft man es nicht. Und das Schlimmste ist, wenn er spielt, dann weiß er sogar, wo wir sind. Ja. Von mir aus können wir auch sechs sagen. Nex. Ja. Sechs oder fünf. Was denn? Was denn? Er will sich sechs Stunden lang in Dead by Daylight ficken lassen, bis wir sagen, es dürfen drei entkommen. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Warte mal. Dead by Daylight ist bei mir eh nicht in der Liste. Ich habe Back-to-Back-Joint ohne Husten. Bei mir gibt es kein Dead by Daylight. Warum stehen da bei deinem Back-to-Back-Joint? Das ist ja CBD auch bei dir. Ich würde erstmal jetzt ganz kurz, also, ich würde hier mal einen Start finden, weil, Jungs, jede Sekunde, jede Minute steht hier. Aber du kennst doch die Regeln. Wir müssen das erstmal hier aufschreiben. Ich habe jetzt hier gerade stehen, Dead by Daylight mit Klausel. Wir müssen aber die Klausel definieren. Ja, fünf Stunden, der. Fünf Stunden ist fein. Fünf Stunden wirklich. Fünf Stunden Dead by Daylight und danach sagst du, dürfen dann mit drei. Und drei rauskommen. Ja, oder Luke. Was ist Luke? Wir haben immer gemacht mit Luke. Was ist Luke? Ja, keiner. Ich bin absoluter Bot. Ich sitze auf dem Akimbo-Einland in der Bad Daylight. Also, ich kann das Spiel auch gar nicht, Digga. Glaubst du Dogshit? Glaubst du Dogshit im Spiel? Es gibt irgendwo eine Luke, die du finden kannst. Wir haben immer gesagt, entweder muss einer rauskommen oder eine Luke. Einer. Ihr habt das mit einem gespielt. Und wir haben es nicht geschafft, Eli. Ohne Sohn als Killer. Wir haben Glück gehabt, dass wir einen Sohn hatten oder einen AFK-Killer. Ja, das weiß ich. Und bei AFK-Killer regen sich alle auf. Ich will das definiert haben hier. Ich will das definiert haben. Ja, AFK-Killer kann man nichts tun. Nimm mit mir, Kuss, das sage ich. Das sage ich. Wenn AFK-Killer ist, dann regen sich auch alle auf. Ja, aber wir rufen ja nicht auf. Wir sagen nicht, bitte AFK-Killer. Wenn das sein sollte, dann machen wir es mit. Aber wenn wir in Velo jemandem Team haben, der... Der AFK ist, dann sind wir auch gefilmt. Und da freut sich der Chat. Ja, das war auch. Das war auch schon auch cool. Oh, geil. Ja, ja. In Velo, der 0-14-Brim. Natürlich nicht ich, nicht ich, aber 0-14-Brim in eurem Team. Lustig, lustig. Nehmen die auch mit mit Kusshand. Also sagst du, also sagst du, drei entkommen... Wie schwer ist es, dass drei Leute entkommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir spielen. Wir haben es noch nie geschafft. Wir haben es noch nie geschafft. Und Miki ist eigentlich gut im Spiel. Wir haben... Miki ist eigentlich gut im Spiel. Aber wir drei haben es noch nie gespielt. Jiga, Miki hat drei Stunden Spielzeit in Dead by Daylight. Ich habe es noch nie gespielt. Echt? Stimmt das, Chat? Ja, habe ich gerade bei Steam gesehen. Oh, gut. Oh, perfekt. Und ich finde, der ist gut. Vielleicht zu uns. Natürlich. Stimmt nicht? Über Epic mehr hast du über Epic. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir machen Dead by Daylight eh später. Das können wir dann noch vorklären. Können wir dann nachher klären. Oder nicht? Dead by Daylight ist das schwerste, schreiben die hier bei mir. Ja. Also da, als ich das gesehen habe, auch in der Mainster-Story, dass alle entkommen müssen, da habe ich auch gedacht, Digga, ist Eli jetzt ich geworden? Ich dachte, das ist sowas wie Ghostwatchers, wo alle sagen, wir müssen... Also ich dachte, es wäre sowas wie Ghostwatchers. Und dann trägst du ein, alle vier entkommen, obwohl du keine Ahnung hast, was du spielst. Ich dachte, Miki ist... Ich dachte, der ist... Ich wusste nicht, dass der drauf war. Ach, du Scheiße. Ja, also... Es ist ja okay. Ich weiß nur nicht... Ich kann es nicht einschätzen. Wie schwer ist es? Chat, gib mir das in FIFA-Sprache. Aber wie schwer ist es, dass drei Leute entkommen? Also, dass wir drei... Ne, drei, einer von uns darf sterben. Ja, aber drei von unseren Leuten, das ist 19-1 in FIFA, sag ich. Das ist 19-1 in der WL. Das schreiben die sogar auch. Was? 19-1, 18-2. Ja. Das ist 19-1, 20-0. Das ist in der Richtung. 100%. Ja. Gerade, weil wir das Spiel nicht können. Ich kann das nicht. Ich bin scheiße. Ihr seid wahrscheinlich noch beschissender als ich. Und ich bin schon scheiße. Ich setze den Maßstab der Scheiße schon sehr hoch. Aber ihr kommt noch mal rüber. Ja. Also, es ist... Ja. Das ergibt keinen Sinn. Was? Das ergibt keinen Sinn. Okay, gut. Dann machen wir. Wir versuchen so. Ausstiegsklausel nach fünf Stunden durchficken lassen. Ja. Nach fünf Stunden durchgestreamsnappt werden. und euch zeigen, dass es nicht möglich ist, geben wir die Klausel auf drei runter. Drei entkommen. Nein. Nein. Drei oder Luke. Drei oder Luke. Drei ist auch geisteskrank schwer. Drei. Sechs Stunden. Wisst ihr, wie viel Zeit das ist? Wenn wir noch Warzone und so dies haben. Drei. Ihr macht die Challenge wirklich unmöglich. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, bei so Sachen will ich Streamsnappern keine Plattform geben. Und das ist es. Dann gebe ich fünf Stunden Streamsnappern die Plattform. Das ist das, was mich so brechen wird. Zwei entkommen, ja. Zwei entkommen, aber auch zwei schaffen wir nicht. Ich glaube nicht, wer soll es schaffen? Ich soll es schaffen? Ich? Ich habe noch nie den Weg gesehen, außer wo der Killer-FK war. Da bin ich einmal rausgekommen. Das war auch knapp, glaube ich sogar. Ich weiß nicht mal, wo ich da langlaufen soll. Ja. Digga, ich sage, Dead by Daylight von Anfang... Das ist eigentlich ein guter Call. Was? Alle drei Stunden, einer weniger raus. Alle drei Stunden, einer weniger raus? Das heißt, du sitzt am Ende in Dead by Daylight. Digga, ich habe keinen Bock auf dieses Game, man. Aber guck mal, wenn man sich das ausrechnet, dann sind es 14 Stunden. Wenn du bei Dead by Daylight alle drei Stunden, also nach fünf, dann drei, dann bist du bei acht, nochmal drei, dann bist du bei elf, nochmal drei, dann bist du bei vierzehn. Und dann würde Micky rauskommen. Aber obvious, obvious darf... Du würdest 14 Stunden lang Dead by Daylight spielen. Es darf obvious nicht unter eindroppen, also einer muss safe rauskommen. Alle drei Stunden, einer weniger, Minimum einer muss raus. Ja, nee, das ist klar. Komm mal. Da hast du 14 Stunden. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir fangen mit drei an, weil vier anfangen, macht keinen Sinn. Das Ding ist, es ist einfach fünf Stunden lang Zeitverschwendung. Du hast auch kein Entertainment für die Jungs. Wir sind später irgendwann einfach die ganze Zeit abgefuckt, weil wir wissen, es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Bei Warzone hat man ja ein bisschen das Gefühl, du gehst rein, okay, du kannst es gewinnen. Bei Velo-Back, Free-Back auch. Du gibst ja trotzdem den Besten die ganze Zeit. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich Dead by Daylight spiele, dass ich die ganze Zeit abgefuckt bin, weil wir es nicht schaffen und dann werde ich einfach die fünf Stunden abwarten. Das ist einfach fünf Stunden Timerace. Ich habe Angst vor einem Stream-Snappern da. Also alle vier ist nicht möglich. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, ich weiß nur nicht, ich weiß nur nicht genau, wir müssen Dead by Daylight spielen. Ich will das auch spielen. Ich finde den Call von Roat gut. Drei, drei raus. Drei raus. Also drei müsste rauskommen und dann alle drei Stunden einer weniger. Das Ding ist, es ist ja auch ein Stream für mich, wo sehr viel Entertainment dabei ist. Und wenn du da fünf Stunden hängst und die ganze Zeit abgefuckt bist, weil ich weiß, ich werde da abgefuckt sein. Weil spiel mal ein Spiel, du weißt ganz genau, du musst jetzt fünf Stunden deine Zeit verschwenden, damit du überhaupt eine Chance hast, das zu schaffen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin da bei Warzone zum Beispiel, wenn ich so sage, okay, das geht, so. Aber ich, so wie ich das verstanden habe, Dead by Daylight, dass es nicht möglich ist. Digga, drei ist unmöglich. Ich habe einen. Wenn der dich halt, wenn der Stream-Snapp und auch weiß, wo du bist und sowas, dann ist das sehr over. Dann lässt du dich halt fünf Stunden durch von so einem Zwölfjährigen in seinem dunklen Luttenzimmer ficken. Das ist halt das Problem, imaginär in dem Spiel. Ähm, gut. Lass es bitte ein bisschen, äh, angreife jetzt Vollgas, okay? Bisschen Vollgas, bisschen, bisschen. Also wir müssen die Liste erstmal fertig machen. Die Liste ist fertig. Was haben wir jetzt gesagt? Ja, also wir fangen mit drei an und alle drei Stunden ein weniger. Puff, peng. Dead by Daylight. Das ist es. Und das ist auch schon, ich fühle auch den Call von Ruhrt schon sehr, weil man geht komplett ohne Hoffnung rein. Ich weiß es, es wird nicht funktionieren. Auch mit drei nicht, mit zwei auch nicht, Digga. Aber wenn einer rauskommt, sagen wir Danke, Arm und Tschüss, Digga. So, wenn einer rauskommt. Also im aller schlimmsten Fall spielen wir neun Stunden Dead by Daylight, ne? Drei, dann müssen zwei raus, dann nochmal drei. Und dann, ja, so zwischen sechs und neun Stunden. Mieser Stinker. Digga, Lacher. Wie können die Leute sitzen und lachen schon mal, der Challenge? Das ist wirklich respektlos. Bei dieser Challenge, das ist so herzulich. Ja, das ist wirklich, also der Chat auch wirklich, weiß ich, weiß ich nicht. Da müsst ihr jetzt belieben, Chat. Wir haben uns hier hingesetzt, um noch einmal alles rauszuholen. Und damit steht jetzt die Challenge. Weil bei der, bei der, Micky wollte, dass ich noch League of Legends spiele. Ich weiß nicht mal, was ich da mache. Also, jetzt nochmal für alle. Also, hört mir zu. Warzone 2, Folge ist 15. Velo back to back to back. Das sind drei Wins in Folge. Eine Runde dauert so 45 Minuten. Velo abseits davon zwei Wins. Fortnite ein back to back. Fortnite 15 Kills mit zwei Wins. Pro Club zwei Wins. Wer wird Millionär durchspielen? Ghostwatchers Wahnsinn, was echt scheiße ist, durchspielen. Dead by Daylight. Drei Leute müssen entkommen. Nach drei Stunden muss einer weniger entkommen. Ich habe es noch nie gespielt. Roald hat es einmal gespielt. Danny sagt, er ist scheiße. Micky ist der Einzige, der es kann. Und wir werden da gestreben, snap. Und back to back Backer. Das wird auch dazu kommen. Realistische Einschätzung von mir. Ich sage, wir brauchen alleine für Warzone 15 Stunden. Und für Velo back to back 12 Stunden. Das heißt, die beiden sind schon mal 27 Stunden. Alles, was dazu kommt. Ja, ja. Es ist over. Leider ist es over. Naja, habt ihr auch glutenfreie Sachen bei KingCans? Das musst du unten lesen am besten. Bei irgendeinem Produkt. Und dann guck unten, ob es glutenfrei ist. Müsste da stehen. Möglich. Bei dir nachher in Warzone, wenn du uns coacht im Discord höre, werde ich die Freundschaft von uns beiden beenden. Verstehst du das? Wir gehen jetzt rein in Fallgeist und versuchen ein paar Wins abzuarbeiten. Ja, Jungs. Alles, was mit Micky kommt um 19 Uhr ungefähr. Zwischen 18 und 19 Uhr. Micky isst noch sein Weihnachtsessen. Meinte er. Ja. Er meinte, er möchte noch sein Weihnachtsessen essen, weil das lecker ist und er masten will. Ja, Micky kommt einfach später. Sag uns lieber, äh, sag uns lieber, wo du deine Insane Gaming Booster kaufst. Digga, die kauf ich bei Gamers Only, Bro. Da kauf ich die. Also, liebe Freunde, bevor das Ding hier startet, hier, weil ich ein guter Streamer bin, habe ich natürlich auch was vorbereitet. Ausdruckszeichen Gamers Only. Ähm, wir werden ja sowieso 300 Stunden wach bleiben. Äh, naja, nicht 300 Stunden, aber wahrscheinlich 2-3 Tage, weil wir die Challenge schaffen müssen. Deswegen habe ich mir den Bray schon bereitgestellt, weil ich weiß, dass das Ding over sein wird. Ähm, check Gamers Only ab. Wir haben gerade eine Aktion, wo ihr 2 im Preis für einen bekommt. Oder ihr kauft euch, äh, 4 und zahlt 2. Oder ihr kauft euch 6 und zahlt 3. Oder ihr kauft euch 8 und zahlt 4. Also, ähm, so geht das ewig lang weiter. Kommt drauf an, wie viel ihr kaufen wollt. Used mein... Code Rohat, aber nicht bei der Aktion. Bei der Aktion geht er nicht. Aber sonst ist mein Code Rohat für 10%. Ähm, ja. Schaut bei Gamers Only vorbei. Das Ganze ist made in Germany, meine lieben Freunde. Das Ganze ist made in Germany, meine lieben Freunde. Yes. Ja. Ja. Und diese Drinks hier unten haben keinen Zucker. Also, äh, die hier. LXON 97 spendet 2,50 Euro. Rohat, habt ihr auch Schokobongs Krispy? Ja, haben wir. Aber ich glaube, es ist ausverkauft. Müssen wir mal gucken, Ausruzzeichen Kingcans. Check Gamers Only ab, Chat. Da gibt's, äh, eine Fekte Aktion zum Ende des Jahres. Die weihnachtliche Aktion. Winter Special. Jo. Was gibt's zu essen? Äh, Karma, Oma, ja. Ja, so eine, ja, bring, ne, ne, so eine Stunde so ungefähr. Ist ausverkauft, ja, okay. Können Sie sagen. Roh, hey's. Warte kurz, Bro. Es, es geht nicht. Es geht nicht, Chat. Es ist praktisch nicht möglich. Timer fehlt. Ja, ich starte den Timer. Warte. Ich starte den Timer, wenn wir reingehen, Chat. Warte mal, sind die schon online? Hold my Spitfire. Liga, Liga, warum... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum... Warum... Ist... Jeff Hardy in Fallgeist drin? Warum... Ist Willi in Fallgeist drin gerade? Kann mir das einer erklären? Warum... Okay, sorry, Bro. Sorry, ich habe eine Frage, Jungs. Warum ist... Warum ist Willi in Fallgeist drin? Warum steht bei mir, dass er online ist? Es kann nicht sein, dass der Mann sich um 16 Uhr dahin hockt und off-stream... ... äh, Fallgeist spielt. Ja, der will streamstab, aber Willi hat die Clowns also auf in Fallgeist, ist egal. Ja, der wird. Er nimmt, ihr müsst uns rüberlegen, er nimmt einem guten Spieler den Platz weg. Das stimmt. Gut. Ja, der uns klicken konnte. Jeff Hardy ist online. Jeff Hardy 24. Ich begrüße Jeff Hardy in unseren Lobbys, sage ich. Lad mich ein, du, du bist, äh, Edi, du bist der Reisende. Du bist der Reiseführer. Edi, du bist der Reiseführer. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir müssen eine Reise, Edi, um die Welt. Einen sammeln. Ich reise mit euch um die Welt. Das Ding ist overchat. Also, es geht jetzt los, ich habe auch ein bisschen... Also, Willi talk, ich bin ein bisschen nervös, ne? Das ist schlimmer. Ich auch. Ich war noch nie bei einer Windchannel so nervös. Digga, ich sehe mit einer Glatze aus wie ein Stück Scheiße. Ich sage auch, Danny, Willi talk, weißt du, was mir Angst macht? Warzone 2. Warzone 2 und Velo. Das ist so, ich sage, das Ding... Für mich ist das Schlimmste, sage ich dir ehrlich, Bro. Für mich mit das Schlimmste auf der Liste ist einfach Dead by Daylight. Ja, aber guck mal, dabei ist... Da gibt es kein Licht. Ich sehe kein Licht, aber erst kurz, Edi, verstehst du? Das ist egal, nicht. Digga, was ist das für ein Skin, bitte? Das ist geil, danke, ehrlich. Denn ich brauche eigentlich die Dose. Ja, ich brauche den auspacken. Digga, ich will Mr. Krabs haben. Ihr bekommt den Karl, ihr bekommt den Karl, den wir bestätigt. Ey, und ganz kurz mal, wann habt ihr zuerst Velo gespielt? Boah. Also die letzte Runde, die ich gespielt habe, war mit Micky und Zane und da... Den wollt ihr nicht haben heute im Team. Da wollt ihr mich heute nicht haben in der Performance. Dann auch mal einen Velo loslassen und zwar ganz schnell. Ich sage, ich habe gestern Velo gespielt zum ersten Mal nach zweieinhalb Monaten oder so und ich kann euch guten Gewissens sagen, dass das Spiel... Du brauchst Stunden, bis du wieder da drin bist, Digga. Das Aim war so weg. Und ich habe nicht mal so ein krass schlimmes Aim gehabt immer mal. In meinen Lobbys immer. In meinen Silberlobys war ich immer ganz okay. Aber das hat gekracht ohne Ende. Ey, ihr müsst X drücken. Hört auf mit sowas. Keis und X. Keis und X. Keis und X. Keis und X. Und denkt dran. Oh, Mann, Mann. Wenn wir jetzt holen, muss Micky nachholen. Ich werde, ich sage, ja, ich werde, aber wenn ich noch fit sein sollte, werde ich das, was wir jetzt schaffen, wenn Micky noch nachholen. Wenn ich Energie haben sollte und wenn wir soweit kommen sollten, werde ich das in Micky noch nachholen. Digga, denn gar nichts wirst du machen. Du wirst nichts machen. Ich sage nicht. Ich könnte Illusionen sagen, weiß ich. Wir sind bis Dienstag live. Ja, ja, ja. Back to back joint ohne Houston-Chat. Das ist die einfachste für Roat. Ist die einfachste Chat. Timer habe ich nicht. Ich habe keinen Timer. Micky kommt im Peter-Chat. Er ist in zwei bis zweieinhalb Stunden hier. Wir gehen in Velo, Fortnite und Vollgas machen ein bisschen was weg. Imagine. Ich habe so Angst, Chat. Ich habe so Angst, wirklich. Dass ich so voll frisst und einmal einschläft. Aber er muss es dann nachholen. Er ist eine vermasterte Mast-Sau. Mods, macht mal Squad-Stream-Anfrage an. Timer bitte etwas nach rechts. Noch weiter nach rechts? Lass die Spiele beginnen. Es geht los, Jungs. Ich brauche einmal, hier kommt Kort. Hier kommt Kort. Es gibt auch neue Spiele, ne? Hier kommt Kort. Hier kommt Kort. Der Karl. Habt ihr gehört? Es gibt auch neue Games. In Vorgangs-Einigen bin ich der Karl. Nein, glaube ich, du musst loslassen. So. Wenn ich einmal hier festhalte, dann oder? Also, ich sage euch, ich habe alle Games so lange nicht mehr gespielt. Ich bin in jedem Game scheiße. Glaub ich. Aber, Robert. Jungs, so lange wir müssen, müssen wir hier ein bisschen was abarbeiten, damit es ein bisschen gut aussieht, wenigstens. Also, eher so, unter fünf Folge, ich muss es gar nichts brauchen, fünf Stück schon mal. Seid ihr bei mir, Jungs? Wir brauchen fünf Stück. Ja, ja, ja. Wir machen ein bisschen, aber, lass uns auch Fortnite so ein bisschen, so Fortnite, in Tritt, ja, wo Fortnite sind wir eigentlich ein guter Sport. Ich glaube, ich will talk. Ey, Jungs, ich glaube, ich tue raus. Fortnite sind wir gut, Jungs. Fortnite sind wir gut. Wir sind verrückt. Wenn wir einen Back-to-Back holen und beide mit 15 Kills sind, ist die Beißdurch, ne? Nein, nein, das zählt zum Beispiel nicht. Was? Nein, nein, das ist extra so gemacht. Mann, Digga, die halten mich fest, die Hurensöhne alle. Ich bin der beste Chat. Ja, Jungs. Wenn das schon in Folge ist, so. Dinger, ich bin heute Prime Kifferpilz. Ja. Prime Kifferpilz. Ja, Rohr, das gefällt mir zu hören. Wirklich in der Prime. Letzten Win ist wirklich gut für meine Psyche. Edi, wenn du in der ersten Runde nicht weiterkommst, besiegest du unser Schicksal sofort. Dinger, ich wurde festgehalten von drei verschiedenen Leuten. Ich lasse sofort los, Edi, wenn du nicht weiterkommst. Oh nein. Edi, Edi, Edi. Ja, Macher. Kein Lacher. Oh, war so close. Als Vorleser. Jungs, hier sind drei Stream-Snapper drin. Hier sind drei, vier Stream-Snapper drin. Ja. Am besten diese Kiezstricher gar nicht erwähnen. Darf ich. Kiezstricher. Kiezstricher. Ihr wollt mir die Hand reichen, dem Karl, der die Welt besteigen wird. Oh, Squadstream hier. Squadstream-Einladung. Ui, ne Lacher-Challenge. Ist das wirklich... Manchmal verletzt mich der Chat auch ganz... Ja, wirklich sehr. Am ersten Weihnachtstag, wenn ich so verletzt. Wie heißt er bei Twitch? X-Solution? X-Solution. Oh, ja. X-Was? X-Solution TV. Ist das crazy. Oh nein. Ding, das ist... Warte mal. Gibt es noch an den Seiten diese Dinger? Nein. Nein. Das ist die alte Variante wieder. Egal. Ich habe da meine... Oh, das sind Dirk drei. In der ersten Runde? Ha? Okay, wir müssen jetzt loslassen. Die Must-Turner, Chat. Huckt sie an. Huckt sie an. Das ist die neue Taktik. Huckt sie an. Huckt sie an. Huckt sie an mit der Banane. Der huckt so einen Burak. Du kriegst niemals einen Fokus-Vertrag. Verstehst du das? Ich nehme die Hand, Edi, lieber. Nein, ich reiche nicht die Hand. Ich gebe ihm Hoffnung. Ach, guck mal, die halten mich an. Ich habe die Meter. Ich mache erst ohne erstes Nomin. Guck mal, wie die mir alle hinterher laufen. Ey, was machst du? Guck mal, wie die mir alle hinterher laufen. Guck mal, wie er mich festhält. Nein. Jungs, die Runde ist... Nein, ich habe Angst. Es fängt schon an. Es fängt schon an. Die erste Runde. Ich lasse mich. Nein. What? Lass los. Es interessiert. Oh, Ritzen. Ich habe es daran erinnern. Wie lange dauert das denn? Edi, lebst du noch? Nein. Die Dose, bitte. Die Dose, der Karl. Der Karl. Es wird so geil. Ey, pisst dich. Ey, was? Pisst dich, Nuttenvieh. Ah! Ah, der Karl. Wichtig, Danny. Danny, bitte. Es sind viele rausgeflogen, Danny. Ich werde hier ein Zeichen setzen. Wir alle gebrochen den Seen auf Twitch, wenn ich ein Zeichen setze in der ersten Runde. Bitte, bitte, Danny. Siebener. Alle Streamsniper sind auch raus. Alle sind rausgeflogen. Bitte, Danny. Komm, Danny. Okay, Jungs. Karl Dose, direkt jetzt, direkt, um die Richtung vorzugeben. Ich kann mehr Labyrinth und ich mache es und ich schiebe das. Mein Call ist 32 Stunden. Bitte. Ja. Ja. Ist nicht unrealistisch, leider. Ist leider realistisch. Oder sogar noch zu wenig. Das kannst du, Danny. Ich filme YouTube. Das ist eigentlich mein Game, aber er kann das. Nein, das ist ein Sauer. Ja, das ist sogar mit meiner Lieblingsfinale. Das ist mit mein Lieblingsfinale, das Game. Ich auch. Ich mag das übertrieben. Direkt. Das wäre so geil, Digga. Das hat überhaupt nicht lang gedauert. Direkt hier in den Winwein. Bitte, Danny. Bitte, sei die Dose. Guck mal. Das wäre so wichtig für mein Mindset auch. Ja, bei mir auch. Wir sind seit 8 Minuten oder so richtig im Spiel. Das wäre so geil. Direkt einen weg machen. Bitte. Er hält fest. Nein. Komm, sei die Dose. Digga, was ist das für eine verschwitzte Lobby? Ja, ja, das ist eine Geek-Lobby. Zwei raus. Zwei raus. Bitte. Bitte. Wenn du einen fetten Cock hast, Danny, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Danny. Danny. Okay, Jungs. Wollen wir aufgeben? Weiter geht's. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Er blockiert mich beim Sprengen. Ist nicht so schlimm. Lass dich jetzt nicht direkt brechen. Lass dich jetzt nicht direkt brechen. Willi will die Weltbremse. Oh mein Gott. Ja. Ewiger Zweiter. Das war der ewige Zweite. Der Tag startet mit dem ewigen Zweiten. Das ist so... Das ist so... Für den Nachmittag, Willi hat getweetet. Hab keinen, der mit mir Velo spielt. Suche einen richtig geilen... Willi! Dieser Wichse, Digga. Digga, es ist so verrückt, ne? Es ist so krass. Es ist so krass. Back-to-back-joint ohne Tabak-Chat. Ist Willi der Wirt? Willi ist der Wirt. Und das andere stimmt. Ohne Tabak. Ich hab gestern eine Challenge gegen ihn verloren. Eine Challenge, Eli. Win-Race? Ja, so mit Fragen und so. Fußballfragen und sowas. Ja, gut. Und... Ich musste ein Profilbild von ihm machen. Ich weiß, wo ich Willi gerne dabei hätte. Das ist mein Profilbild aktuell. Hätte Willi gerne dabei in... Wer wird Millionär? Für Rohat. Ey, warum wird man so krass oft momentan... ...gefollower bottet? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Digga, mir wurde auf Instagram, Bro... ...wurden mir, glaube ich... ...150k oder so gebottet. Das ist brutal. Und meine Engage... ...meine Engage ist von 50% auf 25 runtergegangen. Wegen Fake-Dings? Ja, ja. Digga, ich kenn die Map nicht. Neue Spiele. Oh nein, neue Spiele. Ich hab das nicht gesprochen. Es gibt richtige Notenspiele. Nein, nein, nein. Die Season ist richtig geil. Egal, die Season. Warte, musst du mal hechten? Hechten, ja. Rutschen. Und auf dem Bauch bleiben, Jungs. Auf dem Bauch? Auf dem Bauch bleiben. Nicht... Genau. Genau, Rotso. Gut. Oben lang? Oben lang ist besser, ja. Bin unten. Ach, ich muss Punkte sammeln. Ja, genau. Also, genau. Popo Ring gibt's einen Punkt. Wollende bringen halt mehr. Bin ich gut, Chat? Du bist gut, Roar. Wenn du nicht... Ohne Fehler. Erst Runde durch. Gleichzeitig bist du gut, ja. Wie warst du? Wie warst du? Wie warst du? Äh, 17. Ja, Maschallah. Der Hübsche. Gut. Maschallah, der BKF. Geil. Oh, da gibt's einen Speedboost. Das wusste ich gar nicht. Aber da wären wir eben gut gewesen für's Mindset, Jungs. Ich sag ehrlich. Da wären wir eben gut gewesen. Danny, du darfst nicht darüber nachdenken. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Das ist nicht schwer, ey. Das hängt mich schwer. Du weißt. Du weißt. Mir sitzt noch der Bruch von Amaz schon hier ganz tief in den Knochen. Du weißt, dass du die Vergangenheit nicht wirklich gar nicht machen kannst. Es hat mich sehr geknattert. Es hat mich sehr geknattert. Hä? Wie viele Punkte mehr gibt denn so einen Goldenen? Aber wie viele habt ihr? 24. Ich bin bei 33. Euer Gnad nennt ihr mich ab jetzt, ihr Schweine. Ich bin durch. Das Ding ist over. Felsdalter 69 ist in der Lobby. Ich bin durch, Jungs. Das Ding ist over. Digga, das war voll gut für mein erstes Mal. Eli, du musst rutschen im Road. Du musst rutschen, Eli. Rutsche. Eli, was machst du da? Rutsch. Du musst rutschen. Felsdalter 69. Eli, du kannst auch die Gegenwart nicht ändern. Felsdalter 69 ist in der Lobby. Du kannst das gar nicht ändern, Eli. Nee, die akzeptiere es sofort. Akzeptiere es. Akzeptiere es sofort. Alter, bitte. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan, Festhalter. Was will er von uns? Was will er von uns? Ich habe doch ihm gar nichts Böses angetan. Er ist in der Lobby. Er hat frei. Es sind Feiertage. Mann, der hat keinen Job, Digga. Der hat jeden Tag frei, der Penner. Ja. Er sagt Feiertage, Digga. Er war ein Sohn. Er war die letzten Runden dein Sohn. Da ist er mit seiner Mütze. Er hat sich mutiert zu einem Sohn eigentlich. Die Frage ist es ja nur noch. Nein, so. Eine Zeit lang. Festhalter ist ein wunderbarer Schummelsohn. Mast schummelt's. Bitte, Jungs. Wir sind alle drei drin. Festhalter war's ab bei mir eine Zeit lang. Ich glaube, mein Apfel ist aber nicht mehr gut, Jungs. Ich kann das mit ihm nicht. Festhalter, jetzt nicht. Nicht jetzt sofort. No Sunshine, der Song passt. Wir sehen kein Licht mehr heute. Was hat er gesagt? Was ist? No Sunshine. Der Song. No Sunshine. Heute gibt es kein Licht mehr vor uns. Kein Sonnenlicht. Das ist vorbei. Nur einer? Nein, das ist ein Leto-Clown. Okay, Jungs. Das ist mein Spiel. Fliege ich nie raus. Willst du nicht jinxen, aber dann raus. Oha, es ist von so schnell in der Mitte. Oha. Jungs, besser wird's nicht. Nee. Ist eine Clowns-Runde. Okay, Jungs. Ist die Motivation für euch? Einmal vorstellen nur, Sprungprobe zu dreht. Drei Wins. Oha. Und dann fassen wir uns an. Dann fasse ich euch wirklich an. Verschicken wir uns alle im Bild. Verhundefestheit in 69 ist es kein Bruch. Ohne Festheit in 69 muss da sein. Sonst ist es kein Bruch. Clowns-Lobby. Ja, brauchen wir auch. Ja, ich brauch diese Clowns-Lobby. Oh, der Hammer, Jungs. Ist es mit Hammer oder ohne Hammer? Der Hammer war immer treu zu mir. Er war immer treu zu mir, der Hammer. Außer in Fortnite. In Fortnite hat er mich so gefickt in der letzten Runde. Er hat mich so... Ich hab den doppelten Hammerschlag, dass die mit rausgeflogen ist. Und wir wollen auf einer guten Runde. Das hat mich so... Nee. Festheit hat sich Urlaub genommen, der Noten. Nenn ihn nicht Nutten. Nenn ihn nicht Nutten. Ja, aber irgendwo tief im Inneren ist er. Ja, das wissen wir alle, aber... Nein, 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 bist du nicht, bist du nicht. Dein Sohn. Dein Sohn. Reiche uns die Hand. Gibt es hier den Hammer? Kein Hammer, oh mein Gott! Was ist los, Jungs? Ist vorbei. Verspann dich. Eli. Fruchtzocker, der Fruchtzocker. Wie viele Kohlen? Neun. So, wenn wir hier jetzt wieder weiterkommen, haben wir das. Und der Karl. Steigt mal wieder die Welt. Ist hier ein Springsteuer? Ich glaube nicht. Einer muss immer gucken. Der Zweite, der ewige Zweite. Hier. Oh mein Gott. Komm, Eli. Oh mein Gott. Er ist kein Sohn, Jungs. Er ist ein Hurensohn. Er ist ein Hurensohn. Einen neuen, bitte, Jungs. Neun Leute. Eli. Kannst du mal probieren, ein bisschen weiterzudenken als eine Runde, du Schwanz? Du bleibst dir jetzt in der Runde und nächste Runde ist wieder da. Als wäre das so der letzte Fallgeist-Win, ne? Als wäre das der letzte Fallgeist-Win. Ist das geisteskrank. Mich dreht's. Mich dreht's. Nein. Ich gehe mit der These, dass Festhalter 69 The Big Bruch ist. Seitdem The Big Bruch weg ist, ist Festhalter 69 da. Okay, ich brauche das jetzt, warte mal. Ich brauche die Musik. Jungs, konzentriert euch, mach laut. I'm coming home. So, es wurde noch da. Oh, wir sind ja alle. Jungs, Jungs, besser, witzig, mehr wissen wir alle. Ich bin ein Stinker in dem Game. Ne, wo hatte ich anderes gehört? Das ist dein Game, habe ich gehört. Digga, warte mal, warum ist hier einer mit diesem goldenen Skin? Was bin ich? Mit der einer von uns drei schafft es. Er kann sich alle drei. Ach, der Karl! Passt auf, Jungs, rüberspringen. Ich habe hier gegen die übelsten Twitch Rivals Kings gewonnen. Die sind die Beste aus Europa. Das ist mein Spiel, Jungs. Deswegen ist durch. Ich kann es auch gut, eigentlich. Passt auf, um rüberspringen, Jungs. Lasst euch nicht begrapschen. Festhalter, ey. Festhalter, ey. Ich verteidige dich hier. Festhalter, ich habe dich verteidigt. Darf ich dem Karl die Hand, bitte? Ich habe dich verteidigt. Ich habe dich nicht verteidigt, du Hurensohn. Komm zu mir. Ich habe dich fast zum Sohn erklärt. Fast. Er kommt wirklich zu mir. Er kommt wirklich zu mir. Du Hurensohn. Jungs, es könnte hier der Back-to-Back-eweiger zweiter werden, ne? Es tut mir leid, Festhalter. Nein, Daddy, bitte. Festhalter, es tut mir leid, Festhalter. Ja, das war nicht so gemeint. Ich bin strong. Geek-Lobby, ich muss die Geek-Lobby. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. Das ist eine Geek-Lobby. Warum sind es nur Geek-Lobbys? Den Home, den Home. Wir machen das. Folgt einfach dem Karl. Einmal raus, Jungs. Nice. Ich bin eingeladen. Vollgeist. Wer? Willi? Ich bin noch eingeladen. Jungs, ihr macht den guten Job. Auch mal loben. Auch mal loben. Macht den guten Job, Jungs. Stark von euch. Die Timo muss oben bleiben. Jungs, stark, stark. Rohr hat auch gute Performance hier. Kannst du auch das geben? Mir fällt dir hier. Oh, du stinker Rohr hat. Ich kann nicht, Jungs, ihr holt das. Jungs, ihr holt das. Bitte. Der Festhalter, der nicht kann. Der Festhalter, der jetzt erster wird, dann muss ich auch geben. Eli. Reiß dich zusammen. Sei es Heverous Snape. Er kann sich auch zusammenreißen. Ich kann das nicht mehr festhalten. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Jungs. Der rain wash away the pain of you. Der Festhalter, sein Sohn. Reich mir die Hand, den Karl. Er steigt mit mir die Welt. Es vergeht, Eli. Es vergeht. Ich kann nicht mehr, Eli. Erdruck. Erdruck, Eli. Ich kann nicht mehr. Bitte helfen Sie mir. Oh nein. Er schwitzt das raus. Festhalter, bitte mach nicht so mit euch. Er schwitzt das raus. Wir haben es. Ja, Festhalter. Ey, versuch mal komplett zu überleben. Oh, okay. Die 1. Und so spielt man dieses Spiel. Wichtig, wichtig. So unfassbar wichtig. Hat er den feinen Fall gewählt? Nein, nein. Er hat uns erleben geschwitzt. Ich habe es ganz genau gesehen mit seinen Augen. Okay, okay, okay. Eli, Jella, stark. Guter Mann. Here we go. Eli, Jella. Die 1. Die 1. Eli, Jella. Wir gehen rein und abarbeiten die Liste. Und das ist die 1, dieses Gefühl. Gut. 1. Here we go. Eli, Jella. Wo ist Mast? Mast kommt in ungefähr anderthalb Stunden. Und bis dahin können wir, Jungs, in eineinhalb Stunden ist eine ganze Menge möglich. Eine ganze Menge ist möglich. Wirklich. 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 Das ist aber...